Und da sind wir auch schon wieder, zu Mass Effect 2. Ja, wir wollen jetzt gleich uns eine weitere Schlacht mit den Kollektoren liefern und dann zu irgendeinem komischen Turm bin. Ah, nee, 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 nee. Ich wollte mich jetzt eigentlich noch verstecken. Es gibt keinen Schmerz. Es gibt keine Furcht. Doch, es gibt Furcht. Ich hab Angst vor dir. Wartet die Auslöschung. Nichts kann mich aufhalten. Ich weiß, dass sie das spüren. Können sie da auch welche? Ich hab Angst, dass ich wieder so von der Seite angedinkt. Ja, du wiederhörst dich. Aber du ist zerbrechlich. Oh, nee, was? Oh, jetzt kommen noch diese fetten Dinge, ey. Ich hab schon wieder gar keinen Bock mehr. Brennbar oder nicht brennbar? Das ist dir die Frage. Ich hab Angst, ich will nicht sterben. Das erwartet sie. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Aber deine nicht, oder was? Pass auf. Warte mal, Hülle Nummer 3. Sie seht euch meine Schilde durch. Hä, was hab ich denn gemacht? Versteh ich grad nicht. Okay, egal. Hey. Hey. Oh, so ein fettes Ding. Jetzt geh mal weg. Das sieht so eklig aus, ey. Oh. Oh, oh. So. Schleichen wir nochmal durch das Gebiet durch. Damit wir hier ja nichts vergessen. Weil wir wollen ja so viel wie möglich mitnehmen. Von unserem kleinen Besuch hier. Zum Beispiel nehme ich Credits. Hier kommen wir nicht runter. Der, 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 der. Ja. Um euch schon mal so ein bisschen vorzubereiten. Also Mass Effect 3, ähm, wird dann meiner Meinung nach noch ein bisschen cooler, weil man einfach ein bisschen mehr machen kann auch. Also so vom Spielerlebnis her. Also kann man sich noch besser bewegen und so ist ja ganz logisch, ist ja der Nachfolger. Die sind meistens ein bisschen besser auch von der Grafik her und so, obwohl die Grafik jetzt sich dann nicht so extrem verändert. Waren wir hier gerade? Bin ich doof? Leute, es tut mir leid, wenn ich jetzt gerade im Kreis gelaufen bin. Okay. Ja, aber auf jeden Fall denke ich, würde es auf jeden Fall Spaß machen, das mit euch zu spielen. Aber wie gesagt, also ihr könnt mir ja mal, ähm... Was das wohl ist? Das frage ich mich auch. Ähm, schreiben, ob ihr Lust auf Mass Effect 3 habt oder ob ihr lieber meinen, äh... Ich hätte erwartet, in diesem Bereich auf mehr gelähmte Kolonisten zu stoßen. Kolonisten auf Schiff verladen. Kollektoren hier fast fertig. Müssen uns beeilen. Jaja. Ähm, oder ob wir lieber das RPG sozusagen, ähm, spielen wollen, was ich euch jetzt noch nicht verabschiede. Gerade, weil ich meine, ein guter Mass Effect ist auch ein RPG. Aber, ähm, es wäre halt ein bisschen was anderes. Also es wäre dann eher so in die typische RPG-Richtung, sag ich mal. Also was man so von MMORPGs kennt, so mit Zauberer oder Ritter oder irgend sowas. Also dass man sich da halt so zwischen mehreren Klassen entscheiden kann. Und, ähm, ja, das wäre dann sozusagen mein Gegenangebot noch. Aber das müsst ihr entscheiden. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch dazu mal äußert. Für die, die es noch nicht getan haben, sagen wir es mal so. So, jetzt müssen wir hier wieder umgehen, wo ich ja immer so toll drin bin. Dö, dö. Und jetzt war ich mir nicht sicher, ob es da war. So. Und da haben wir es zum Glück. Und wir hatten noch die Hälfte der Zeit. Wooo. Oh, ne, oh, ne. Och, ne. Ich hab schon wieder gar keinen Bock mehr jetzt, ganz ehrlich, Leute. Ich hab richtig Angst, ich hab richtig Angst. Hey, was? Wir schießen schon auf irgendwas und ich sehe noch gar nichts. Achso, achso, hier, hallo. Hier, viel Spaß. Äh, die kommen jetzt von allen Seiten, oder wie sieht das aus? Ach, geh mal weg, ey. Uuuh, geht, 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 geht. Ich glaub, wir müssen hier auch ein bisschen vorsichtig mit unserem Mund hier sein. Äh, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Oh, ist das eh krass, ey. Nee, bitte, oh, ne, bitte nicht. Ich find die Dinger so abartig ohne... Äh, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, Gott sei Dank. Was? Was, was, was? Oh, ne, kommt jetzt was hier rum? Äh. 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 Hey, was, was? Ich sehe überhaupt nichts. Hallo? Äh. Äh, geh weg. Äh. Oh, meine Kampthrone. Los, los, mach was. Ey, ey, guck mal, wie die aussehen, Alter. Das geht ja überhaupt nicht. Oh, geh bloß weg. Oh, Gott. Liege unter Beschuss. Ah. Ah. Schieße jetzt. Oh, nee, geh weg. Äh. Nee, oh, Leute, oh, nee, oh, nee, 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 nee. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Lasst mich in Ruhe. Oh, die machen jetzt auch so abartige Geräusche, ohne Witz. Oh, Mann, oh, was? Ich hab jetzt keine Lust mehr. Lass mich in Ruhe, bitte. Bitte lass mich in Ruhe. Geh weg. Sei ein braves... Uh-uh-uh-uh-uh-uh. Ding, ich hab vergessen, wie die heißen. Ich muss doch gar nicht wissen, ist mir egal. Da hinten liegt irgendwas, das will ich haben. Gib mir das. Ja, toll, der hat mir nur 100 Bretons gebracht. Und jetzt, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt da hingehen? Oh, ich weiß doch, das ist jetzt schon wieder hier gleich alles... Na geil, na geil. Hm, Konzentration. Sonst verkacke ich es hier schon wieder. Das wäre ja schon wieder geil hier, wenn ich den Computer nicht gehackt kriege. So, das und das ist es. Schön. Normandy, hören Sie mich? Joker hier. Das Signal ist Schwachkommander, aber wir hören Sie. Edi, kriegen Sie die Verteidigungstürme der Kolonie online? Fehler in der Kalibrierungssoftware sind leicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis die Türme voll einsatzfähig sind. Ich empfehle, sich in Verteidigungsstellung zu begeben. Ich kann die erhöhte Leistung des Generators nicht verheimlichen. Na geil. Die Kollektoren werden alles versuchen, um das zu unterbinden. Noch irgendwelche hilfreichen Tipps? Nur eine. Feindliche Verstärkung rückt an. Ich rate dazu, die Waffen bereit zu halten. Nein. Oh Leute, ohne Witz, ey, ne? Ich... Ich hab richtig Schiss und ich hab... Ich weiß doch schon wieder, dass ich dann... ...direkte Intervention ist notwendig. Oh! Wenn ich sie zu erheißen muss, Shepard, dann reichlich ist. Sauberer Treffer! Die... Sterbt alle einfach. Sterbt, sterbt, sterbt. Schneller. Schmeller. Oh, okay. Ich hab jetzt keinen Bock, dass irgendwelche von hinten kommen. Drücke Absicherung und initialisiere Notaktivierung. Bitte halten Sie den Verteidigungsturm. Ih! Ih, geht nicht weg. Ih! Oh Mann, oh! Die kommen ja von allen Seiten. Das find ich irgendwie uncool. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wo ich hinschießen soll. Weil ich Angst hab, dass die dann von hinten kommen. Und dass ich dann irgendwie... ...dass ich denn abgeschossen werde, so von hinten zu folgen. ...zufolge mein... Aua! Immer aufheb. Das ist schön, das freut mich. Sie beschädigen nur noch wenig. Ich hätte es vielleicht doch auf einen verspielen sollen. Das freut mich. Das ist schön. Das ist nett von dir. Viel Spaß. Äh, nee, nein. Wir machen nicht. Aber hier, lass mich doch bitte in Ruhe. Das tut ihm weg. So, der ist weg. Können wir jetzt kurz aufhören? Kann ich nämlich in Ruhe meine Muni sammeln? Fände ich schön. Bezweifle, dass Feind sich zurückgezogen hat, mit Verstärkung ist zu rechnen. Ach, super. Gute Sache, gute Sache. Was? Oh, Gott. Sequentielles Hochfahren initiiert. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 40%. So, der ist okay. Wir haben ja ihre Aufmerksamkeit erregt. Schmerz ist eine Illusion. Was? Was? Alter, jetzt kommen wir auch noch von allen Seiten hin. Das finde ich auch ein bisschen kacke. Genau das meinte ich. Sie können mich nicht verletzen. Ich kann alles verletzen, was ich will. Oh, wir sterben, wir sterben, wir sterben. Aua, aua, aua. Was war das? Alter, geh mal weg jetzt. Dein Ernst. Oh nein. Oh, sorry Leute. Es tut ihm voll leid. Oh nee. Ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube, ähm. Ich glaube, wo ich das Spiel, das alleine mal durchgespielt habe, bin ich ja auch ein paar Mal gestorben, ne? Ich habe, und da habe ich es auf einfach gespielt, um euch das mal zu beichten. Das heißt, das tut mir echt leid, weil wir hier nicht weiterkommen. Ich werde natürlich versuchen, jetzt ein bisschen besser aufzupassen. Aber, ähm. Ja, ich bin nicht zufrieden. Jetzt kommt's. Das tut ihnen weh. Oh Mann, no. Ich sehe schon wieder gar nichts. Ich bin schon wieder. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Hätte lieber Rückenwind. Was? Was? Ich mache doch mal her. Sie können mich nicht verletzen. Ganz ruhig wieder. Erhol dich. Genau. Sehr gut. Wir übernehmen die Kontrollen. Ich könnte es bedürfen, dass ich meine Mitmenschen heilen kann, wenn ich ein Medikit habe, aber selber nicht, ähm. Oh, ne, komm, 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 ich bin ein Stück. Aber mich selber dann nicht wiederbeleben, oder so. Also, die muss ich nicht wiederbeleben können. Initialisiere Notaktivierung. Bitte halten Sie den Verteidigungstor. So. Ne, da sind noch welche. Das hat wehgetan. Geht doch einfach alle mal weg. Ja, einer ist erledigt. Ja, einer. Aber da muss nicht der andere schon noch. Dings. Die mag dich nicht. Geh weg. Bitte. So. Jetzt aber. Und da noch schnell die Muni. So, wovor schandt sie mich jetzt am besten? Na, schön, aber... Ist doch kacke. Ich will doch mal nü. Geh weg, geh weg. Übernehme Kontroll. Schieß doch mal, Shepard. Mach doch mal was. Oh, nee. Oh, nee. Das war nur sie. Oh, ich bin schon voll durch den Wind. Oh, ne. Oh, ne. Die Experimente werden weitergehen, Shepard. Das ist schön. Das finde ich ganz, ganz große Klasse. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich mich verstecken soll, weil... Oh, Mann. Oh, Leute. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, ey. Dass ich andauernd sterbe. Was mache ich denn jetzt? Ja, dann laden wir mal an der Stelle. Ey, das wird mich jetzt so ankotzen, weil wir jetzt schon wieder sterben. Ich sag's euch. Oh, ich weiß nicht. So. Mal schauen. Ah. Hier. Was? Ich werde mich persönlich darum kümmern. Na, das ist ja schön. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Sie werden den Schmerz kennenlernen, Shepard. Da kommt gerade ein Ding geflogen, genau. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Vor uns, ähm. Wurde ich trotzdem weggeschleudert. Ohne Witz. Ich weiß ja nicht, wo die ganzen Dinge, die stöhnt dauernd rum. So muss es sein. Überbrücke Absicherung und initialisiere Notaktivierung. Bitte halten Sie den Verteidigungsturm. Ja, mein Timer geht nicht aus. Na, geil. Ich bin gerade voll überfordert mit der Welt, Leute. So, ich renne mal schnell weg. Spring hoch. Los, sehr gut. Ich bin wieder weg. So, und so. Na, komm schon. Komm da raus. Achso. Werden wir ja gleich sehen. Das müsste ausreichen. So. Leute, wir machen hier mal wieder einen Cut. Ihr habt es ja gerade schon gehört, mein Timer hat uns Bescheid gesagt, dass unsere Zeit schon wieder vorbei ist. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Und seht mir zu, wie ich vielleicht nicht sterbe. Also, ich gebe mir echt ganz, 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 ganz viel Mühe. Und ja, dann hoffe ich, ihr seid wieder dabei. Tschüss.